ERC-STAR Hallo, mein Name ist Max, ich bin 16 und komme aus Annaberg-Buchholz. Ich mache bei ERC-STAR 2015 mit, weil ich mit jedem meine Leidenschaft zur Musik teilen will. Ich hoffe, ihr wurdet für mich. Ich werde meine Wünsche kommen, wenn du mir treasurest, wenn du mir treasurest, wenn du mir treasurest, wenn du mir treasurest. Oh, 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 hey, wardo für mich nun weезe, weehle, 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 weehle. Untertitelung des ZDF, 2020